Willkommen bei Ypsotec. Mein Name ist Daniele Galagiotto, ich bin der Geschäftsführer. Ypsotec ist eine sehr traditionsreiche Unternehmung, seit über 100 Jahren an diesem Standort hier in Grenchen. Wir sind Hersteller von präzisionsmechanischen Teilen, insbesondere Drei- und Frästeilen, sowie auch Baugruppen mit hohen qualitativen Anforderungen. Wir haben eine internationale Kundschaft, in der viele Top-Prents vertreten sind, die auf unsere Qualität und auf unsere Zuverlässigkeit setzen. Wir haben zwei Produktionswerke, eins ist hier in Grenchen und das zweite ist in Tabor in Tschechien. Zusammen sind wir rund 200 Mitarbeiter. Wir haben das Vertragsmanagement und die Bearbeitung unserer Kreditoren, die wir auf Lösungen von Canon setzen. Wir haben insbesondere bei den Kreditoren eine durchgängige Lösungen, die auch mit dem ERP von Abacus eine Schnittstelle hat und somit voll durchgängig digital ist. Wir haben durch die Digitalisierung eigentlich die Zeit, die wir brauchen oder die Durchlaufzeit massiv können verkürzen, sodass es heute faktisch nicht mehr passiert, dass wir eine Rechnung ohne Kontoabzug tiefer buchen können. Die grössten Herausforderungen beim Aufsetzen waren ganz klar die Prozessdefinitionen, mit allen Arbeitsschritten und den Bedürfnissen der einzelnen Anwender. Wir haben ein Dokumentenmanagementsystem von Tervor im Einsatz in Kombination mit dem iOS Extract, einem Datenerfassungsprogramm. Das Verify bringt uns einen sehr grossen Vorteil, weil es automatisch Daten auslässt, also die Stammdaten und Zahlungsinformationen aus der Rechnung auslässt. Dadurch haben wir mit der bestehenden Kapazitäten im Rechnungswesen mehr Zeit für Qualität statt Quantität. Mit diesem System haben wir natürlich keine Papiere mehr, die Rechnungen können auch nicht verloren gehen. Die Zeit, ich habe die Rechnungen Zeit noch kontaktieren, also weiterleiten. Die nächste Instanz ist natürlich eine zeitliche Erleichterung, auch vor der Durchlaufzeit, bis die Rechnung frei ist. In Tschechien konnten wir eigentlich Copy-Paste machen. Wir mussten kleine Anpassungen in die Rechtslage machen und natürlich haben wir die ganze Maske auf Tschechisch übersetzt. Zu meinem Erstaunen ist die Akzeptanz bei den Mitarbeitern sehr gross. Es ist einfach in der Bedienung und dadurch konnten wir die Durchlaufzeit massiv reduzieren. Lass uns auf Tschechisch übersetzt. Also auf Tschechisch übersetzte die Akzeptanz bei den Mitarbeitern sehr geplastet. Durch mich wurde die Akzeptanz bei der Arbeit, aus dem die Wind zu vollen, durch die Elektronik überlegend und höre, durch die Ausnahmen bis zur Zeit gesammt auf Tschechisch absetzte. Untertitelung des ZDF, 2020